Moin! Wir befinden uns hier im Stadion des FC St. Pauli. Wir sind heute auf der nächsten Etappe in Richtung Traumtrikot für den FC St. Pauli, der gemeinsamen Aktion von der Deutschen Fernsehlotterie und Do Your Football. Wir haben heute alle Entwürfe hier liegen, die von euch eingegangen sind. Vielen herzlichen Dank dafür. Und heute heißt es, die Jury muss entscheiden, welche von den Entwürfen tatsächlich ins Voting ab dem 13.12. gehen. Es wird so laufen, dass jedes Jurymitglied zehn Punkte verteilen kann. Vollkommen willkürlich verteilt entweder zehn Trikots mit jeweils einem Punkt oder tatsächlich sagen, das ist mein Traumtrikot und das gibt meine vollen zehn Punkte. Ich würde sagen, wir starten gleich, los geht's. Das nehme ich jetzt als Spaß der Redaktion. So, nachdem wir die Jury uns nächtelang um die Uhr geschlagen haben hier, um die fünf Favoriten zu wählen, seid ihr jetzt dran und zwar ab 13.12. und nein, es hat nichts mit ACAB zu tun, aber trotzdem ab 13.12. euer Voting auf www.traumtrikot.de. Ihr dürft das Trikot wählen, mit dem wir im April gegen Hertha BSC hier am Millento einlaufen. Und ich habe vielleicht noch einen kleinen Tipp für euch, aber ansonsten freie Wahl für euch. Insofern viel Spaß beim Wohnen. Insofern gerne. Und ich werde die Mingeln wieder ab 14.15. Ich werde die erstekeln, die ich jetzt noch gar nicht überstehen. Ich werde mich jetzt über 18.15. Über 15.16. Ich werde die春alcession.